wirklich gar nix einfach nein, die Buffs fehlten, die, die, ähm oh, ich krieg's kotzen komisch, andere Buffs haben gefehlt ach, wow ach, ist das nervig ach, ist das unnötig, ja, weil ich GW gespielt habe, deswegen waren die Buffs weg 15 Alls, das ist klar, Attack, Def und so 22k Attack und die 10% Droprate haben auch gefehlt, shit ach, ist das mies also die Juwelen dropen wirklich en masse, das ist echt krass aber es ist halt nicht das, was wir brauchen das stört mich grad schon so ein bisschen, ehrlich gesagt vor allem kommt das so vor, als würde mir grad schon ein bisschen Zeit verschwinden hier drin ich mein, gut, wir können aktuell jetzt eh nicht viel anderes Zeug farmen aber trotzdem 350k Damage 350k, lol, 600k DPS okay, das ist echt krass 108k AOE Damage ja, aber das ist krass das ist heftig so, probieren wir mal weiter, ich nehme das Ganze einfach auf, ich hab jetzt keine Lust zu schneiden oder sonst irgendwas, wir haben grad echt einen ziemlich außergewöhnlichen Dungeon Run irgendwie ich hoffe, ich darf zumindest eine Party hier drin bleiben ich weiß nicht, ob ich es wäre uncool, wenn die mich einfach kicken würden oder so ähm ja, aber sieht zumindest aktuell gut aus, ich glaub die farmen nichts zusammen und ich hoffe jetzt würde halt irgendwie keiner jetzt, äh, Crystal Farmen oder so, es wäre halt echt ein bisschen kacke aber, jo ich denke das passt schon kann ein paar mehr Mobs vielleicht mitnehmen, immer so größere Gruppen kann man mitnehmen genau selber auch ein Typ, den ich immer wieder schreib der kennt halt nicht mal 12 Millionen oder Payflow der kennt halt nicht mal Dame das ist halt schon echt bitter irgendwie ich weiß nicht warum, aber ich mein, sowas kennt man doch, oder? also auch wenn man auch wenn man keine MMOs gespielt hat ich hab auch, ich hab einen Kumpel ähm ich weiß noch, ob er damals gezockt hat er auf jeden Fall hat er keine MMO-RPGs gezockt kein WoW, kein Call of Duty und so weiter und er kennt die Musik er kennt die einfach wait, hab ich jetzt ist das richtige Totem? oh, der sagt, dass ich nicht bei einem random Totem bin, wo ich nicht hin will 3 von oh, 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 oh nee, ist ist das richtige? bin mir grad nicht sicher nee, ich glaub, das war der richtige müsste der richtige sein oh, ich dachte mir grad, ich hab mir selbst irgendeinen A gelegt wir könnten natürlich auch vom letzten zum Boss porten das wäre einfach viel sinnvoller das wäre sicherer und sinnvoller ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemacht hab ja, das war jetzt echt dumm naja, machen wir das nächste Mal wenn wir einen droppen ja, da muss man lang, glaub ich, oder? ja, wir hätten unten lang laufen können wär besser gewesen als oben in jeder Hinsicht war jetzt grad echt ein bisschen blöd ah, das war unnötig ah, das war unnötig unnötige Zahlung schon noch also wenn er vom dritten zum vierten porten, das macht Sinn das ist noch einigermaßen ähm, sinnvoll vom zweiten zum dritten macht keinen Sinn ich hab mich irgendwie jetzt ich weiß nicht, es ist spät, okay ähm, naja scheiß drauf so, ich war mal 28 Mops, da musst du noch ein paar mehr killen ja, die gehen wirklich down wie nix 53k Bombs, das ist halt echt krass genau, gehen wir mal nach links schnell ein paar damit killen na, komm wir brauchen mehr AOE-Damage einfach das Problem ist einfach, das 125er Set vom Psy-Keeper ist so OP und das 120 ist einfach richtig schwach leider das ist echt ähm ja, eine Problematik irgendwie das ist halt echt ein bisschen schwierig ich meine, das Ding bringt es halt, ich glaub 20% also wir haben es schon mal angeschaut ich glaub irgendwie 20% PvE-Schaden oder so haufenweise Attack, haufenweise Cast und so und es ist halt ein Comedy Game Changer also wirklich ist brutal okay wir tropfen 6 Food für 1 Mop dieser Skill soll einfach skalieren ist einfach übel so und weg damit nice 47 ah, nett mehr Mops ich hoffe, ich kriege jetzt da genug zusammen ähm, auf der nächsten Stufe es könnte sein, dass es nicht ganz reicht deswegen nehme ich gerade noch so ein paar mit irgendwie ja, am besten mit dem komischen ähm, Dotskill da das glaub ich macht meistens an so 57 ja, langsam langsam ist die ganze Sache ein bisschen sicherer genau okay und nichts wie durchs Portal durch ich mag diesen Anschluss, er ist so lang und langwierig und verwirrend und ach, ist echt ich weiß nicht, warum man also generell, alle Flyve Dungeons sind immer so Labyrinth ich weiß nicht, warum nicht, nicht alle, alle, aber ich würde schon mal hier am Minus fangen wir ganz am Anfang die Cain's Mina ist ein Labyrinth ähm Evilis würde ich auch sagen, ist eigentlich eher ein Labyrinth ähm, was haben wir sonst da alles ich kann mal überlegen ähm die Cain's Mina ist ja, auch so ein so ein Hybrid-Labyrinth, würde ich mal sagen so bisschen Labyrinth ähm bisschen schwer zu sagen äh, Aminos hab ich gerade schon erwähnt ähm, ist dazwischen noch irgendwas dazwischen glaub ich, gehen die Dungeons sogar beziehungsweise gibt es eigentlich nicht viele Dungeons Tramnook ist cool Tramnook ist ein cooler Dungeon wo ich generell viel cooler finden würde es ist ein offener, heller Dungeon und nicht so ein Dreck hier das ist ja okay, wenn die Dungeons auch mal ein bisschen dunkler sind das ist ja voll okay und vor allem ähm, wirkt noch ein Fall und so passt das ja aber man kann halt alles ein bisschen übertreiben, finde ich das muss halt nicht sein, irgendwie, oder? deswegen keine Ahnung boah, 100, perfekt so, weg mit dem Ding genau, ich freu mich ehrlich gesagt auch, wenn ich dann doch in meinem Level ab bin und so die nächsten Gebiets, glaub ich, sollten echt einiges bringen und genau, müssen wir mal schauen von Gildenbarfer meint es natürlich schon fast alles, glaub ich, was geht ähm, lass mich mal ganz kurz schnell durchschauen ich hab's letztens erst aufgemacht ähm, Gildenbarfer Level 5 gibt's noch Gildenbarfer Level 50 brauchen wir dafür wir haben 44 mhm, All-Stats 8 Damage Absorb plus 6 und 8% Speed wahrscheinlich wird's dann einfach die Hälfte nur sein ähm, aus genannten Gründen wurde eben genervt 300 Gild-Siege-Punkte warte mal, das hätten wir sogar, oder? ja, haben wir sogar genau, nur wir haben kein Level 50 dann gibt's noch die Bonus-Buffs ab 53 Punkten 4% EXP 4% Crit-Schaden 4% Hit bringt uns halt gar nix ja, eigentlich eigentlich erst der ultimative passive Gilden-Buff der ist eigentlich wirklich geil das ist äh, 8 All-Stats 5% PvP und 5% PvE Damage braucht allerdings 800 Punkte ähm, und wenn man will also ich mein man kann die schon ansammeln und wait wie geht das? hä? wait, what? das Ding braucht 800 Punkte man kann nur 685 haben? vielleicht wegen Gilden-Level oder so keine Ahnung aber das Ding auch total weird also, ich weiß nicht wie das funktionieren soll ähm auf alle Fälle der Buff wäre cool das geht das passt aber naja so, jetzt drop bitte endlich irgendwas ich seh nix ich seh gar nix ey okay, immer ein Token aber trotzdem das ist Schmutz pur warum droppe ich denn ey, wir haben so viel Droprate wir haben so viel Bonis und so drauf und es droppt einfach nichts das darf doch nicht wahr sein ich weiß noch nicht mal warum warum ist denn das so? das Ding ist wir könnten jetzt natürlich anfangen vor Mops zu killen um uns dann zum Boss äh, teleportieren zu können glaube ich relativ sinnvoll, oder? nur mit Zeit sparen keine Ahnung wahrscheinlich minimal wenn überhaupt man ja gut wir machen gut Geld wir machen Pairing pro Run aber ich will halt echt nicht nur einfach jetzt viel Geld farmen ich will ich will halt eigentlich Sattteile farmen ist echt nervig ist wirklich wirklich nervig finde ich cool finde ich echt nicht cool ganz im Ernst aber ich meine was sollen wir machen? wir haben ja keine Option okay, also ja, ich meine wir troppen halt Sachen, die uns auch was nutzen klar, diese Dinge sind auch nett brauchen wir auch früher oder später vielleicht ähm aber, naja im Prinzip eigentlich brauchen wir nur die ja, der Rest ist eigentlich Müll der Rest ist wirklich Müll effektiv also das waren es übrigens drei Runs, die ich offscreen gemacht habe mit einem Drop das waren es zwei Runs kommen nicht ohne Drop ich überlege gerade aber ich glaube wenn ich heute wieder nichts Drop also wenn ich wirklich heute null Drops habe und ja, dieser Token ist nice to have und so, aber glücklich macht er uns auch nicht aber wenn ich halt wirklich nichts Drop ich glaube dann level ich halt wirklich weiter weil wenn man so viel Grind und so viel Farmen und so viel Shit und so es macht ja keinen Sinn irgendwie so lange zu warten in meinen Augen naja let's to run man kann nur drei Runs machen am Tag im Crystal Labyrinth vielleicht klappt es ja jetzt wirklich also ich meine wir haben schon eine Chance schon eine Chance drauf würde ich mal sagen Chance auch nicht kommt mit null eigentlich ist die Chance relativ groß eigentlich ist die Chance wirklich relativ hoch aber naja ganz sicher ist es aber nicht so na komm so das hat gerade 2 von 3 oder? genau äh 2 von 5 uh Mops nice weg mit dem ganzen Müll 49 haben wir schon ist ganz gut so die ganzen Buffs laufen mir auch schon ab das ist echt ein bisschen blöd hm also das Thema übrigens bei uns mit Umzug ich weiß nicht ob ihr noch das Ganze ein bisschen verfolgt habt oder so ja sieht nicht gut aus das Ding ist ich würde gerne mit Umzug selbst reden aber ich brauche einfach nur so ein Thema halt für zwischendrin weil ich kann ja nicht 3 Stunden über Crystal Labyrinth reden das Ding ist ich bin halt echt am überlegen ob dieses ganze Gedanke mit Haus kaufen und so und ähm ja für die Zukunft und whatever ob das wirklich so die beste Entscheidung irgendwie war ich finde halt irgendwie ist das absolut absolut gut gedacht und so absolut definitiv noch sinnvoll für die Zukunft einerseits aber andererseits ist das echt Schwachsinn dann wisst ihr ich mache mir die Gedanken ich mache folgende Gedanken folgendes was mir immer so durch den Kopf geht natürlich wenn man im Alter dann mal da ist und ein Haus hat und so mega geil oder wenn irgendwie die Eltern nicht mehr da sind und so und hat selbst ein Haus ich meine traumhaft also das kam jetzt falsch rüber also ihr wisst was ich meine denke ich mal hoffe ich jetzt mal ähm gewissermaßen ist es einfach wirklich eine Stabilität umleben die sich sehr viele wünschen aber halt nur sehr wenige leider haben oder immer weniger zumindest haben allerdings je mehr ich mich mit dem ganzen Thema also wir haben aktuell das Thema Testament und das ist eine riesige Schatzschau wir sind seit Monaten am Testament dran ähm wir sind dabei zwei Anwälten das Ganze wird mehrere tausend Euro kosten mit Leichtigkeit und die Umstände wie schnell man in die Erbschaftssteuer rein kommt zum Beispiel und wer dann plötzlich irgendwie Zugriff hätte und dass dann plötzlich auch andere Menschen Anspruch haben auf das eigene Geld beziehungsweise auf das eigene Erbe obwohl mit dem das ganze Leben nichts zu tun hatte zum Beispiel also ich habe jetzt so einen Vater in Anführungsstrichen den ich noch nie kennengelernt habe es ist halt stellt euch die 10 die 20 schlimmsten RTL Assis vor dann habt ihr den Typen aber halt noch also halt noch viel krasser also nicht vielleicht nicht im Team Assi nicht so aber er ist halt so ein Schmarotzer des Todes er nutzt alles er nutzt alles aus er betrügt halt den Staat es ist unfassbar er lebt dann sogar immer wieder im Ausland und so teilweise Deutschland teilweise Ausland und so um das Ganze halt noch weiter zu treiben und noch mehr zu ja fast schon zu zu optimieren um sein Ding zu optimieren also halt wirklich Sozialbetrug des Todes und so naja auf jeden Fall das lustige ist wenn man als Sohn also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ich will nichts Falsches sagen aber ich habe es so verstanden wenn man als Sohn was erbt und ein nahes Familienmitglied zum Beispiel der Vater bedürftig ist dann kann ich überlege gerade ob es ist das ob er ob das durch ihn kommen kann oder durch das Sozialamt eine von beiden eine von beiden Parteien können dann plötzlich den Anspruch gegenüber mir geltend machen und mich dann zu zwingen quasi ja ihn zu unterstützen es ist zum Beispiel auch also ich vermute immer so dass es das Sozialamt ist denn zum Beispiel ich habe da mal eine Doku drüber gesehen da ist zum Beispiel so angenommen Kinder also Kinder in Anfangsstrichen die in der Familie leben zum Beispiel wo die Mutter Hartz IV bekommt ich glaube es war Hartz IV oder so oder was es waren irgendwelche staatlichen Leistungen auf alle sagen wir einfach mal so und wenn das Kind dann erwachsen ist und eigenes Geld verdient und dann zum Beispiel ich glaube noch in der gleichen Wohnung zum Beispiel wohnt oder auch in einer anderen Wohnung wohnt auf jeden Fall kann es sein dass dann das Kind also quasi das wachsende Kind verpflichtet ist zum Beispiel das Geld beziehungsweise Schulden der Mutter zurückzuzahlen was zum Beispiel beim Staat hat beziehungsweise beim fuck ich kann mir Porten shit beim Sozialamt ich weiß das ist jetzt gerade echt ganz krasses ganz krasses Halbwissen und so ich müsste mich da noch mal ein bisschen genauer informieren das ist ich bin so überfordert mit allem das ist unfassbar auf jeden Fall es ist einfach kritisch okay long story short es ist extrem kritisch und wenn ich was erben würde mit dem normalen Testament dann ist die Chance da dass eben er oder das Sozialamt auf mein Erbe zugreifen kann beziehungsweise mich dazu zwingen kann an ihn Geld zu bezahlen so ist es ähm und wir mussten ein gewases Testament schreiben was das dann ganz äh deutlich äh ausklammert und das Problem ist es ist noch nicht ganz klar ob das Ganze funktioniert das kann sogar sein dass wir so ein für mich mir über extrem nachteiliges Testament schreiben müssen ähm was quasi wir müssen quasi Tricks nutzen eventuell was mir extreme Nachteile beschert damit quasi ihr halt dann kein Geld kriegt davon und das Ganze ist wirklich noch ein Albtraum einfach wisst ihr wir sind seit zwei drei Monaten oder so oder vielleicht sogar vier Monaten mittlerweile dran und das Ganze wird immer mehr zum Albtraum so wir sind es an dem Punkt wo ich ein Testament haben werde wo ich noch nicht mal selbst entscheiden kann ob ich dann mein Haus verkaufe weil es quasi über eine andere Person laufen muss es ist ein Albtraum wirklich es ist und ich bin auch an dem Punkt wo ich sage ich will das eigentlich gar nicht mehr also ich weiß es nicht es ist es ist alles es ist so kompliziert und dann kommt natürlich noch der Staat der auch das Geld will jeder will dann dein Geld sobald du irgendwie was erbst oder erben könntest und wenn das geschieht dann müsste ich 100, 200, 52.000 einfach abgeben was ich nicht habe ganz im Gegenteil wir haben noch Schulden auf dem Haus wir haben was getraubt was war das Hero Knight na toll was ist das noch Force Master na toll das läuft ja gut okay wir haben was getraubt ich bin zufrieden ja und ich meine ich weiß echt nicht ob ich noch irgendjemandem raten würde so ja kauf dir ein Haus oder so oder vererb dein Kinder ein Haus oder sonst irgendwas ich weiß nicht warum aber es ist es ist so eine Shitshow in Deutschland zu leben und Deutschland etwas zu vererben ganz schlechte Idee gefühlt uh gilt in der Flop nice aber auch allgemein irgendwie es ist nur mit Problemen verbunden jemand der irgendwas erbt oder vererbt der ist im Prinzip eigentlich schon mehr oder weniger Staatsfeind und der muss sich so gefühlt von allen Seiten schützen dass das nicht von allen Seiten geklaut wird das klingt dumm aber es ist wirklich so es ist es ist krank es ist wirklich insane es ist ich habe dafür keine Worte ehrlich gesagt ähm aber effektiv ist das die Art und Weise wie es hier läuft und ja ich bin aktuell wirklich ziemlich unzufrieden im Ganzen ähm ich meine ich dachte mir so okay weil das Ding ist ja als wir dieses Haus gekauft haben damals es war mit so vielen Abstrichen verbunden wirklich es war halt mit so vielen Nachteilen für mich verbunden auch generell für uns alle verbunden ähm ja irgendwie nie wieder Urlaubszeit her also wir hatten vor kurzem vor ein paar Jahren hat man Urlaub Urlaube gemacht das war dann vor der Corona Zeit klar ja das das haben wir nochmal geschafft aber ich meine die ganzen zwölf Jahre davor oder zehn oder elf Jahre davor da war gar nichts mehr mit Urlaub da war auch nichts mit irgendwelchen Investitionen, Geschenken oder sonst irgendwas also zu Weihnachten zu Geburtstag so war halt ein Minimum vielleicht drin wirklich ein absolutes Minimum und natürlich auch der ganze Umzug damals halt wirklich so weg von den ganzen Freunden ach nein man warum ist das so Dani come on warum ähm ja auf jeden Fall es ist halt wirklich es ist immer so viel Scheiße verbunden gewesen das ganze Leben ich meine wenn man so sagen kann zumindest als Kind ähm hat man sich das ganze so ein bisschen durchgeplant und man weiß halt so okay man kennt die Leute man weiß vielleicht auch so groß machen will beruflich und sonst irgendwas und dann kommt jetzt ein Umzug Freunde weg Familie klar ist da aber nur noch am Arbeiten keine Urlauber mehr ähm ja du kennst auch keinen mehr und man war der Umzug da war ich glaube ich zwölf mit 15 von der Schule raus weil ich dann halt gar keinen Bock mehr auf irgendwas hatte und in diesen drei Jahren hatte ich halt einfach ich konnte keine Kontakte knüpfen oder so ich hatte auch also mein Vater kannte halt meinen alten Heimat mein Stiefvater sorry kannte der alten Heimat super viele Betriebe und so und Leute und so der hatte mich halt locker irgendwo in eine Ausbildung reinstecken können oder mich vermitteln können zumindest sagen wir mal so aber hier kannte er auch keinen und ich auch nicht und ähm hier auf dem Dorf läuft das alles nur über Mundpropaganda also wenn du hier keine kennst ist pff good luck absolut keine Chance gar keine Chance ähm ja ich meine wer halt oh drei Waffen nice ähm wer halt einfach in einem Dorf äh bekannt ist oder wer halt einfach da die Connections hat und so der bekommt halt einfach die Leerstellen so ist das einfach und es ist halt nicht so dass ich dann keine hatte oder ähm keine gefunden hätte das Problem ist halt die die halt übrig bleiben sind einfach die schlechten das ist halt der Punkt und naja wenn ihr schon alles äh so kacke läuft und man dann vielleicht auch noch eine schlechte Leerstelle mit einem schlechten Lehrmeister hat und so ja dann kann man es kann man es vergessen dann hat sich das Ganze vom von schlecht noch schlechter ähm ja gewandelt effektiv und naja irgendwie es war einfach es war einfach so eine Spirale nach unten die sich einfach immer weiter immer weiter verschlimmert hat und so ich meine heute rede ich darüber ganz offen und so früher einfach gar nicht ähm aber ja natürlich jetzt ist es einfach so ich habe damals gedacht so ja alles für dieses Ziel und so für dieses eine Ziel aber was war halt dieses Ziel schon was ist dieses Ziel heute wert heute versuchen wir das Ding zu verkaufen heute haben wir Riesenprobleme mit der Vererbung man könnte sagen das ist zum Teil auch wirklich irgendwie ich will nicht sagen dass es umsonst war ich meine wir haben zumindest gut Profit rausgeschlagen aber auch nur wenn wir es verkaufen können ich meine Hauspreise sinken es wird kein einziges Haus mehr effektiv verkauft ähm hier werden Häuser die sind noch nicht mal 20 Jahre alt verkauft zu ich meine für Deutschland durchschnittlich durchschnittlich aus Deutschland ist es viel viel Geld für unser für unser für unseren Bereich hier unsere Region sind Sportpreise also wenn du hier ein Haus mit über 130 Quadratmetern und äh neuer Eisbaujahr 2000 für weniger als eine Million kriegst dann ist das ein absoluter Sportpreis und die gibt es hier bei uns mittlerweile hier wurden glaube ich ich weiß gar nicht mehr wann das ist 100 100 100 irgendein Haus mit Einliegerwohnung auf alle Fälle sogar ich glaube ich habe irgendwas mit 200 oder 230 Quadratmeter im Kopf aber ich kann mich irren ähm ich glaube auf alle Fälle so in die Richtung ging es irgendwie glaube ich steht aktuell drin für 870 K das war das Ding jetzt irgendwie unser Haus ist weit älter 60er Jahre ja renoviert aber nur zu teilen ähm und ja ich meine 130 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter was wir haben das ist nicht schlecht großer Garten und so ist schon schon nice aber ganz im Ernst also wenn die Hauspreise weiter senken beziehungsweise wenn weiterhin halt einfach kein Käufer gefunden wird dann also im schlimmsten Fall kann es sein also wir werden keine Lust machen aber die Chancen dass wir halt wirklich dass der ganze Aufwand hat uns nicht viel Geld gebracht hat die ganzen Renovierungen die ganzen Investitionen und so muss man auch gegenrechnen wisst ihr wir haben das Haus nicht so viel bezahlt aber wir haben halt an die 200.000 Euro für Renovierungen reingesteckt und das sind halt Arbeitszeiten nicht mehr dabei das ist auch die ganze Zeit und so die reingesteckt haben effektiv kann es sein dass wir dann keine Ahnung also das Problem ist wir wollten dafür eigentlich auch ein anderes Haus kaufen in Österreich in Deutschland ist halt einfach immer noch zu teuer dafür ein besseres Haus war halt dafür in Österreich nur der Plan geht einfach nicht auf wir können es auch nicht verkaufen unmöglich wir haben 0 Besichtigungen let's shit 0 0,0 Besichtigungen das Giver geht Monat für Monat keine einzige Besichtigung keine Anfrage nichts ja das Problem ist oder das eines der nächsten Probleme ist es alles baut so aufeinander auf wisst ihr das ist das Problem ähm die nächsten konkreten Probleme sind dann einfach so auf dem Haus sind noch Haufen also Schulden drauf keine Ahnung wie lange meine Eltern noch leben ich hoffe noch lang und so aber wir brauchen noch irgendwie wie viel 20 30 Jahre ich glaube irgendwie 25 bis 30 Jahre bis wir alles abgezahlt haben ähm also dass beide Elternteile noch bis dahin leben sehr unwahrscheinlich ich würde nicht hinhauen mit Stiefwarte 66 und lebt ultra ungesund ja ich würde nicht hinhauen das ist das Problem und ich habe halt wirklich ich habe mittlerweile echt ziemlich Schiss dass es komplett nach hinten losgeht denn was ist denn zum Beispiel wenn man es den Kredit nicht mehr leisten können und wir das Haus aber auch nicht verkauft kriegen dann kommt es dazu was weiß ich Pfändungen und so und bei den Hauspreisen aktuell wo keiner wirklich was dafür zahlt ja Game over kommt nicht Game over also ich meine es sind hier jetzt ich hoffe schon dass wir wirklich noch jemanden finden und so aber ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube der Hauskauf ich meine Hauskauf allein und so der war ja vielleicht wirtschaftlich sinnvoll und so alles alles okay das Ding ist nur die Abstriche in Verbindung mit dem Hauskauf ich bin der Meinung ich bin immer mehr der Meinung dass es nicht wert war dass es nicht wert war ähm weil der Abstrich war wirklich riesig und natürlich jetzt haben wir uns langsam erholt vom Ganzen finanziell so wir können auch wieder in den Urlaub fahren und so aber trotzdem ähm shit gg ähm da eben nicht komm lass mich doch porten man wo ist Uprisier Uprisier hier ähm so wo war ich gerade ich hab gerade einen Faden verloren ähm 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 ja wir haben uns ja vorhin so das Problem ist nur die Kosten die Kosten steigen wieder ich meine die Kosten steigen für uns alle das Problem ich meine wir haben wir haben zumindest also wir hatten das Privileg stabile Mittelschicht zu sein würde ich jetzt schon mal sagen ähm das Haushaltsankommen war sehr gut gut bis sehr gut sagen wir mal so das Problem ist nur ähm ist es nur noch durchschnittlich vielleicht sogar naja ich will nicht sagen leicht unterdurchschnittlich ich weiß nicht wie die Mittelschicht in Deutschland so äh definiert wird und wie viel oder wie hoch die Werte generell sind aber es sieht nicht mehr so gut aus und das Ding ist mit jedem Jahr in Deutschland steigen Steuern Abgaben Kosten alles Inflation und jeder Euro mehr betränkt halt einfach uns mehr und mehr weil das Ding ist wir können natürlich Sondertilgungen machen das heißt ähm naja ok gut ähm das heißt wir können quasi auf einen Schlag halt irgendwie bis zu 6000 Euro abbezahlen vom Kredit das sparen wir eben auch zusammen immer also einmal im Jahr aber ganz ehrlich das Problem ist immer dieser dieser Geldtopf die wird bei uns einfach kleiner und der wächst immer langsamer und naja mittlerweile wird es sein aus dem Topf hat eben auch sowas wie Heizöl Holz und so weiter also jeden Tag jeder ist ja teurer und es bleibt immer weniger übrig das ist die das ist echt die die große Problematik also ich weiß nicht ich meine in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren so denke ich mal ist noch safe und wir haben auch einiges äh ähm angespart und so das ist alles alles top und so aber ich meine man hat keine Investitionen um die halt dann auszugeben also man legt keine Aktien an um dafür Heizöl zu kaufen ich denke mal nicht dass ich das irgendwie jetzt gerade betonen muss oder so also das ist ja klar ich meine und man will jetzt auch nicht Aktien verkaufen wenn irgendwie was weiß ich wenn man eine neue Küche braucht oder wenn die Waschmaschine kaputt geht oder sonst irgendwas ähm ähm was möbel für Gilde wusste nicht ganz genau was ich mir verkaufen kann Leute interessant Naja, auf jeden Fall vielleicht meine ich die Zukunft auch ganz schwer, als sie dann tatsächlich sein wird. Das kann gut sein. Auf jeden Fall, ich sehe das Ganze wirklich wie eine Waage. Stell dir das Ganze vor wie so eine Waage aus der Bibel oder sonst irgendwo. Oder aus irgendwelchen ägyptischen Zeichnungen oder so. Die Waage hat sich eher langsam wieder so ein bisschen für mich ins Positive geneigt. Ja, ich würde sogar sagen, ich würde sogar sagen, wir hatten mittlerweile wieder echt, also ich war auch happy, dass wir das Haus haben und so, alles top, hat mich darüber gefreut eigentlich sogar. Ich habe einige Vorteile gesehen und so jetzt aktuell zum Mieter wohnen, ist auch nicht schön. Aber ich muss sagen, ich will A, aus Deutschland raus. Ganz dickes, ganz großes Ding, ganz großes Thema. Solange wir hier ein Haus haben, kommen wir nicht raus. Die Zinsfestbindung ist noch bis, ich habe nochmal nachgefragt, 2027, nicht 2025. Ich habe das falsch erzählt. Allerdings, wir hatten, also unser Haus steht jetzt zum Verkauf seit fast einem halben Jahr. Na, noch nicht ganz. Fünf Monate, oder vier, fünf Monate ungefähr. Und wir kriegen keine Besichtigungen. Natürlich, 2027 ist noch weit entfernt. Allerdings, wir haben jetzt irgendwann so halb, bald ein halbes Jahr und es tut sich nichts. Gar nichts. Natürlich wird es vielleicht irgendwo besser werden und so. Kann ja sein und es ist alles, ist ja alles möglich. Aber ich sehe aktuell einfach nicht die Besserung. Ja, irgendwie, EZB sagt ja auch so, nee, ähm, kein weiterer Zinsschritt. So Mittelfingern euch alle. Und, ja, insofern, hm, sollt ihr vielleicht verkaufen? Ach, scheiß drauf. Schuss ist irgendwas? Nichts mehr, oder? Nee, okay. 161, nice. Gut, wir haben noch ein, ähm, Dungeon Portal, das ist ganz gut. Drei Perien einfach, holy shit. Das sah nichts, Winder. Bei Oprese ist das wirklich richtig nice. Naja, wow, schon mit Damage an. Wie waren es gerade? 5k mit Damage oder so? Ziemlich solide 5k mit Damage, loy. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich sehe das Ganze einfach immer, immer negativer mittlerweile und ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Keine Ahnung. Ich kann sagen, so, ich, ich kriege ja echt bald irgendwie bis zu einen Vogel, also, also, das allein, allein das Problem, dass wir wirklich auf einem, auf eine Zeitbombe einfach hocken, weil wenn hier für die Zinsen hochgehen, ja, dann RIP, GG, Game Over, Goodbye. Dann sehe ich keine Chance, dass wir hier das Haus irgendwie halten könnten. Und dann geht die Scheiß richtig los. Dann müssten wir quasi unsere Ersparnisse aufwenden, um die mit Kredit zu bezahlen. Oh, das wäre destruktiv des Todes. Also, oder halt einen Notverkauf machen, irgendwie. Komplett unter dem Wert verkaufen, geil, toll. Also man kann es echt drehen und wenden, wie man will. es ist nicht gut, was hier gerade läuft. Und ja, das Problem ist einfach auch wirklich, dass es, dass es jeden, jedes Jahr teurer wird in Deutschland. Jeden Monat effektiv. Ich meine, schau doch mal an, jetzt wollen wir neue Steuer auf Strom. Gas, Kraftwerks, Umlage oder whatever. Zusätzlich Netzeentgelte, plus 80 Euro ab 2025 im Jahr. Das ist krank. Und das ist, das ist nur durch den Strom. Ich meine, der Rest will genau so steigen. Die anderen Nebenkosten. Versicherungen fürs Auto zum Beispiel. Oder Reparaturen im Auto. Wartung, Service, Reifen. Brutal. Also das ist halt wirklich, das ist brutal. Das ist wirklich heavy. Und ich meine, wenn man heute zu den Werkstatt hingeht, einmal Service machen lassen, 500 Euro. Ganz locker. Das ist halt krank. Also ja, keine Ahnung. Es wird halt echt immer schlimmer irgendwie. Und ich weiß nämlich, die Richtung, dass es gehen wird. Ich weiß auch nicht genau, wo wir dann so stehen werden, in fünf Jahren oder so. Aber ich bin mir halt echt sicher, dass ich in fünf Jahren, das heißt in fünf Jahren, ich meine, 2027 endet die Zinsfestschreibung. Selbst dann ist es halt Game Over für mich. Oder für uns, je nachdem. Das sind drei, nicht mal mehr drei Jahre effektiv. Ich weiß nicht, ob das Anfang oder Ende 2027 endet. Ich muss sich nachfragen. Also entweder zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre effektiv. Aber das ist ja nichts. Wir hocken jetzt fast schon ein halbes Jahr da und haben null Besichtigungen effektiv. Das heißt, zweieinhalb oder dreieinhalb Jahre, das ist halt immer noch nichts. Also in der Hinsicht, ziemlich uncool das Ganze. Richtig, richtig uncool. Aber ja, was will man halt machen? Also, ich bin halt echt zu einem Punkt, wo ich wo ich schon echt skeptisch bin. Vor allem, es wird auch einfach langsam ein bisschen belastend alles. Das ist das Problem. Also in der Hinsicht muss ich halt einfach sagen, ist halt ist halt alles nicht toll. Ich meine, klar, ich probiere natürlich schon halt nebenbei irgendwie mir selbst was aufzubauen. Aber das kann ich auch nicht machen. Das, also das, klar, das ist der Plan und so. Ja. Aber, schau mal her, wenn ich jetzt auswander, muss ich effektiv die Firma versteuern. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie was aufbauen kann und so, dann ist es sogar ein Nachteil effektiv. Also idealerweise eigentlich nichts aufbauen und warten. Aber wenn es scheitert und die Warte auch umsonst war. Boah. Dann ist es wirklich RIP. Wirklich Komlett-RIP. Na ja, ist alles, ist alles wirklich scheiße. Oh, ich habe Tollies vergessen. Ah, das ist auch HIP. Ah, Vacuum-Piece, 7% Ocean-Piece. Müll, 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 kann weg. 94 Boxen mittlerweile wieder. Not bad. Ampli ist nice. Das ist ein Schwert. Pet Energy. Power Ups, okay. Beats, sehr wichtig. Okay, na ja. Dann bis zum nächsten Mal.